Guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei MDR aktuell. Bundeskanzlerin Merkel reist heute Abend in die Türkei. Im Mittelpunkt ihres Besuchs steht morgen in Istanbul ein UN-Gipfel zur Flüchtlingskrise. Am Rande ist aber auch ein Treffen mit Ministerpräsident Erdogan geplant. Der arbeitet derweil unbeeindruckt von internationaler Kritik am Ausbau seiner Macht. Vor wenigen Minuten wurde sein Wunschkandidat Yildirim zum neuen Vorsitzenden der Regierungspartei AKP gewählt. In Österreich läuft die zweite Runde der Bundespräsidentenwahl. In der Stichwahl tritt der Kandidat der rechtsgerichteten FPÖ, Hofer, gegen den grünen Politiker Van der Bellen an. Taliban-Führer Mansour soll angeblich bei einem Drohnenangriff getötet worden sein. Während die Taliban selbst die Meldung dementieren, sprach das US-Verteidigungsministerium von einem tödlichen Luftangriff auf Mansour. Er sei eine unmittelbare Bedrohung für US-Soldaten und Afghanen gewesen. Drei Tage nach dem Verschwinden der ägyptischen Passagiermaschine ist ein Audiosignal aus dem Flugzeug aufgetaucht. Aus der Aufnahme geht hervor, dass die Lage an Bord offenbar ruhig war. Ein gemeinsamer rot-rot-grüner Kanzlerkandidat, wie von Linkspolitiker Gysi angeregt, stößt bei SPD und Grünen auf Ablehnung. SPD-Vize Stegner sagte, jede Partei sollte eigene Spitzenkandidaten aufstellen. Für Koalitionsaussagen sei es zu früh. Auch der grünen Abgeordnete Ströbele äußerte sich ablehnend, ein gemeinsamer Kandidat sei der falsche Weg, um der SPD aus ihren Schwierigkeiten bei der Kandidatensuche herauszuhelfen. In Sachsen-Anhalt werden die Schilder der Frühaufsteherkampagne entfernt. Wie die Staatskanzlei MDR Sachsen-Anhalt bestätigte, gehören die Slogans »Willkommen im Land der Frühaufsteher« oder »Auf Wiedersehen im Land der Frühaufsteher« schon bald der Vergangenheit an. Künftig soll es an den Autobahnen neue Willkommens- und Abschiedsschilder geben. Wie die neue Werbestrategie des Landes aussehen soll, ist allerdings offen. Keine Tore in 90 Minuten, keine Tore auch nach 120 Minuten. Aber trotzdem war es ein bis zuletzt spannender Pokalfight, den sich Bayern München und Borussia Dortmund im Finale um den DFB-Pokal geliefert haben. Am Ende musste das Elfmeterschießen entscheiden, mit dem besseren Ende für den deutschen Meister Bayern München, der damit das Double perfekt machte. Soweit die aktuellen Meldungen. Jetzt wartet Michaela Koschak mit dem Wetter auf Sie. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, um 17.10 Uhr. Bis dahin.